Das klingt ja... oh, wunderschön. Oh no 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 no, und wir machen hier weiter! Hey ho Leute, um zurück zu einem weiteren Report von Minecraft! Yay, alle freuen sich, vor allem der Diktator, yay! Ähm, hoffe ich jetzt mal. Und ja, wir haben bald keine Spitzhacker mehr. Uhu, also in unserem Inventar, deshalb sind wir gezwungen, bald nach oben zu gehen. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Bedrock! Ne, geil, ne? Voll cool. Ähm, Bedrock. Ich frage mich, ob das jetzt von Badrock abstammt. Könnt ihr ja, wenn ihr das wisst, in den Kommentaren reinschreiben. Ob das jetzt so gewollt ist, von Badrock? Oder einfach irgendwie so... Also eigentlich, ob es ist ja ein Scheiße, nicht Badrock scheiße, aber ich meine, es ist einfach Badrock. Ähm, ist das... Kommt das von Badrock, oder ist das einfach so irgendwie... Aus irgendeinem seltsamen, nicht dergleichen Grund. Ah! Ah! So, dann mit dich. Perfekt. Ähm, ist kein Lava mehr. Perfektchen. Oh ja. Geil. Oh yeah. Awesome. Okay. Was macht diese Fliedermaus im Wasser? Die wäscht sich. Cool. Eine hygienische Fliedermaus. Brauchen wir in unserem Hühlen-Trip. Unbedingt. Wobei, wir können, ja, wir haben noch ein bisschen Holz und... Fuck, eigentlich mal wird da gelassen. Nein! Wir können uns nichts mehr machen, außer... Außer ich gebe mir so viel Mühe und... Wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir hier hinten, oder was? Ja, what the fuck? Wir kommen ja gar nicht weiter. Ja. Okay. Okay. Ich würde sagen, wir sind... Nein, ich kann auch... Tschüss. Nee. Was? Zweie Minuten? Zweieinhalb? What? Jetzt hatte ich gedacht, dass ich so irgendwie 20.000 Stunden dran gewesen... Ach komm, ich kackt jetzt das an, rauszugehen. Das mache ich mir wirklich so. Workbench und so weit und so fort. Workbench. Dann machen wir hier mal einen Ofen. Perfekt. Einen Ofen stellen wir hier hin. Lassen wir das Ganze hier auch stehen. Falls wir das irgendwann wieder brauchen. So. Sechs. Sollten reichen für das erste. Machen wir noch ein paar Stöckelein. Stöckel-Dinger. So. Perfekt. Können wir ein bisschen warten und schauen, was hier so läuft. Nichts. Alles klärchen. Außer doch. Hier hinten ist was. Na siehste. Ist hier doch was. Was auch immer. Na ja. Na ja. Ähm. Jetzt sollten langsam drei gebraten sein. Ja, vier sogar. Cool. Hammer. So. Ähm. So, dann können wir noch... Frag mich gerade, wo der andere ist. Der, der, der... Das Skelettchen hier. Skelettchen. Hallo. Fuck. Ah, hier hinten ist es. Na komm doch her. Ich will dich doch nur killen, du Drecksack. Okay. Tschüss. Ha. Hab ich dich. Drecksack, ey. So. Äh. Noch zwei. Dann haben wir noch eine zweite Spitzagel. Perfekt. Können wir die Kohle mitnehmen. Und dann geht's auch schon weiter in unserem geilen Höhlen-Trip. Irgendwas. Fetzack. Und so. Ähm. Und so. Ja. Genau. Ha. 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 Wir werden niemals wieder aus dieser verdammten Höhle rausfinden. Aber es ist cool. 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 Meine Güte. Ist ja vorher behindert, was ich hier schwatze. So. Ähm. Hier hinten ist noch Eisen. Deshalb nehme ich mir das mal. Bin ich einfach mal so frei. Und nehme mir ein bisschen Eisen. Was ist denn das oben da? Genau. Äh. Ich tue jetzt mal, als wäre das alles meins. So Leute. Ich bin hier mit Eisen. Und das gehört mir. Ich hab's gefunden. Und ich darf's behalten. Ich baue mir eine Eisenspitzagel draus. Und so. Na wenigstens geht das mit dem Obsidian noch. Das ist ja noch wichtig. So. Nehmen wir kurz das Redstone hier. Und schauen hier weiter. Weil ich nicht denke, dass es hier... Was hat hier aufgehört? Ach was. Hier hört's aber auch auf. Okay. Perfekt. Dann. Ah, du Dreiksack. Geht auch weg. Dich braucht hier niemand. So. Ja, jetzt haben wir fünf Minuten. Das ist ja schön hier. Brauchen nicht mehr so lange alles. So. Äh. Wo waren wir denn noch? Nicht. Äh. Ja. Unser Essen wäre knapp. So langsam. Ah. Ich wusste, dass du von hier kommst. Das ist einfach so klar gewesen. So. Hier ist nichts. Ah. Mann, oh Mann. Gibt's hier nix mehr Spannendes zu sehen heute. So wie im letzten Park. Genau das gleiche. Gar nix Spannendes. Nur so Kacke und so. Nur rumrennen und... 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 Äh. Irgendwelche... Äh. Äh. Und irgendwas... Irgendwann. Irgendwann werden wir das... Irgendwas... Sinnvolles machen vielleicht. Aber nicht jetzt. Weil jetzt sind wir halt so, äh... Swaggy Boy. Versteht sich. So. Ähm. Hier waren wir gerade. Was soll denn das? So. Ähm. Hier. Ja. Nein. 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 Einfach nein. Okay. Gehen wir wieder hin nach hinten. Bitte. Hä? Sind es zwei Schluchten? Wartet mal. Hier hinten ist noch eine Schlucht. Oder was? Oder ist nicht was falsch hier? Oben. Ist das... Ist das die gleiche Schlucht? Ja. Hä? Okay. Ich bin ein bisschen blöd. Naja. Ist ja auch egal. Habt ihr halt einen... Blöden Let's Player... Irgendwie abonniert? Oder schaut ihn gerade... zu irgendwie... Hier gerade Blödsinn tut. Und macht. Und los ist. Ähm. Was? Ist? Hier ist irgendwo Wasser. Ich spüre es mit meinen Fühlern. So. Perfekt. Boah. Ich sehe hier keine Gefahr gerade. Ich war voll behindert. Bröde in Nürn. Komm. Kommt schon. Zampchen. Hallo. Okay. Hier ist nichts. Perfekt. Dann gehen wir wieder raus. Los. Achso. Hier bist du. Na sag mir das doch. Mann. Oh Mann. Hab dich schon vermisst. Bro. Ziemlich fast. So. Ähm. Hier unten waren ja nicht. Können wir in... Ah. Hier gibt es gar nicht. So eine kleine Höhle irgendwie. Also ist schon riesig. Aber... Aber alles hat irgendwie so ein schnelles Ende. Und es geht nicht nach unten. So ein Kackdreck. Okay. Ähm. Da oben ist noch was. Mal schauen. Hier ist nichts. Gut. Also schlecht eigentlich. Aber gut. Haben wir das gesehen. Dass da nichts ist. So. Alles weg. Und somit können wir dann auch hier nach oben gehen. Und einen Creeper bekämpfen. Na. Hast du nicht erwartet. Ah. Ich dachte gleich hier. Dieser XP Orbs irgendwas. Tun mir was Büsse. Aber es ist ja nur XP. Nur XP. Schon was. Aber. Ich habe irgendwas Spezielles namens. Spider gehört. Und das ist gerade hier. Hallöchen Spider. Na. Bin ich gut. Ihm hören. Hören. Hey. Hey. Da hinten ist ein Vogel. Da. Sieh mal. Du wolltest nicht ihn sehen. Das ist verpasst. Blödes Mistvieh. So. Können wir das Gold abbauen. Äh. Und das Red Zone auch. Ich will Dias. Mann. Den 10 Minuten nochmal aufnehmen. Und ich habe immer noch keine Dias gefunden. So schlimm. Halt mich. Was ist denn das? Ähm. Welche Höhe sind wir? 15. Sollte eigentlich gut sein für Dias. Aber. 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 Wir befinden uns trotzdem nicht verbehindert. Fuck. Das war ein bisschen schreckhafter. Aber naja. Wir haben es überlebt. Wir haben es überlebt. Keine Angst. Keine Panik. So. Okay. Also der Einzige der hier Panik oder sowas hat. Der bin ich. Aber naja. Das solltet ihr nun langsam erfahren und gefressen in eurem Gehirn haben. Deshalb würde ich einfach mal sagen. Nein. Ich sage es jetzt nicht noch einmal. So. Perfekt. Aber die Höhle ist trotzdem ein bisschen groß. Viel groß für mein Niveau. Juhu. Mein Niveau ist ja riesengroß. Müsst ihr schon. Selbst erkennen. So. Ach. Fuck. Seht ihr. Ich kann sogar Blöcke verfehlen. Hilfe. 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 Plupp. 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 So. Perfekt. Haben wir das auch. Fressen wir noch kurz ein bisschen. Hey. Warte. Wir haben noch Pilze. Cool. Wir haben noch andere Pilze. Cool. Awesome. Können wir unsere Pilzsuppe machen. Hui. Creeper. Das ist ja geil an meinem Texture Pack. Man sieht die Creeper gar nicht. Also geil. Warum ist das hier so weiß? Das ist anders. Nee. Das ist Angst. Das ist normal. Irgendwas. Also ich spiele jetzt wieder auf der 1. Also wieder. Ich spiele jetzt auf der 1. 7. 4. Ähm. Deshalb sind die Bedbugs und irgendwie Türmbugs jetzt behoben. Endlich. Händerte Bugs von Betten, die nicht richtig angezeigt werden. Warum das Bett hat mich richtig gestört. Okay. Ähm. Ich werde langsam langsam lagen. Das war's wieder einmal. Und. 26. Wir sind jetzt wieder so hoch. Ich war doch gerade eben auf 15. Okay. Langsam langsam sind wir wieder auf 15. Und sogar noch tiefer. auf 13. Das klingt ja. Oh. Wunderschön. Aber ich höre auch Spiders. Und ich habe ihn abgelassen übrigens. So. Nein, das ist nicht hier. Warte mal. Von wo kommt denn das? Hä? Hä? Ich höre. Hä? What the fuck? Wo seid ihr denn? Seid ihr unten? Spider! Man! Oder Spider normal? Wo seid ihr? Hey, Moment. Ich werde mir gerne... Mist, muss ich nochmals ein bisschen Glanz verbrauchen. Ja gut, ist ja auch egal. So. Was? Ich hab's fast. Ich höre sie. Sehr deutlich. Okay. Ähm, Pilz... Und wo sind die andere Pilze? So, hier. Perfekt. Dann können wir ein paar Pilzsuppen raus schmeißen. Und das hier auch. So. Dann können wir hier weiter nach unten graben. Ein bisschen... nach da. Ist hier irgendwo was? Ich höre sie die ganze Zeit. Was soll denn das? Sind sie unter mir oder über mir? Warte mal. Ich will mal hinter... F3 Sicht auch noch. Hey, hier ist noch... Was Spezielles. Am ins Redstone. Ach so. Ich dachte gleich, dass da eine Hülle wäre. Ist anscheinend aber nicht so. So. Mit dem Schwarzen. Versteht ihr? Nein? Okay, gut. Dann nicht. Der hat mich schockt. Ähm, ich glaube, ich sollte wieder nach oben gehen. So. Ähm, langsam würde ich sagen, in diesem Sinne von der Haube. Es waren Schösser, die Düsseldienerhund. Und ich will hier ein fucking Spinn finden. Bevor ich diese Spinn gefunden habe, mache ich keinen Stopp. Leute, ich habe was gefunden. Ähm, hallo. Oh. Lecker. Geil. Oh, geil. Hey. Puh, ähm, was sortieren wir denn heute aus, ne? Das hier, das hier, das hier, so. Wir müssen mehr Platz. Rot hatten wir gerade, aber jetzt nicht mehr. Viele. Ach komm. Bekämpfen wir doch diese Spinn... Basti ist Spinnen... Moment. So. Ich hoffe, dass hier mir nicht gerade irgendwann, gerade ein Creeper ins Gesicht springt und dann, oder beziehungsweise in den Rücken springt. Das wäre ziemlich blöd. Doch. Ziemlich blöd. Und ziemlich böse. Ich habe es geschafft. So. Schnell, schnell. Abdecken. Und wir sind sicher. Eine Pferderichtung. Einen Sattel. Ah, ist ja geil, Leute. Dann können wir uns ein Pferdchen holen. Wir haben doch letztens gerade ein Pferdchen gesehen, ne? Stimmt das? Ja, es stimmt. Ähm. Kommt, Schwarzpulver brauchen wir nicht. Eindeutig. Was brauchen wir denn? Okay, ähm. Ich würde sagen, langsam wirklich beenden wir hier oder da. Oder irgendwo anders halt den Part von Minekraft. Wobei... Äh, was soll ich nicht wegwerfen jetzt? Wer hat er... Naja, können wir ja brauchen manchmal. Ah, das ist ja total behindert. Warte. Äh. Das lohnt sich nicht. Ach, das können wir wegtun. Okay. Aber hier haben wir noch zwei... Schallplatten. Das ist ja auch blöd. Okay, das hier können wir sowieso hier drin lassen. Und dann... Und dann... Komm. Machen wir einfach mal einen auf. Wuuuuh. Wegwerfen. Und dann werfen wir einfach mal das hier weg. Und die Erde... Ja, komm. Die Erde haben wir genug an der Oberfläche. Komm. Das ist... So. So. Und fackeln. Ach komm. Da findet das weg. So. Haben wir das. Und dann will ich sagen, wir gehen... Wir sind nun beim nächsten Mal. Denn ich gehe jetzt wieder an die Oberfläche einigermaßen. Wobei... Na. Mal schauen, ob ich irgendwie noch einen Gangfinder, den wir noch nicht gesehen haben. Oder beziehungsweise besichtigt. So sagen. Und somit, wie die sagen, das war's erstmal. Hä? Hä? Ach so. Ach so. Okay. Ich hab mich nur gefragt, was hier denn steckt. Nichts mehr. Nichts anderes. Okay. Ah, die seltsame Maus. Spinnt hier nur noch rum. Okay. Dann würde ich sagen, wir müssen das nächste Mal rum. Bis dann. Tschüss. Und tschüss. 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 Tschüss.